Ja, herzlich willkommen zurück bei den Counter-Strike Omas. Wir sind heute mal wieder unterwegs im Wettkampfspiel und mit dabei ist Stefan alias Semles, den ihr ja aus den H1Z1 zu Genüge kennt. Das ist immer der Freund, der hier mich umbringt. Einfach so aus dem Spaß. Ja, und der Semles, der ist vom Rang eigentlich schon weit über mir und hat sich jetzt extra hier so einen Smurf-Account gemacht, um mit mir spielen zu können. Hey, was ist denn hier los? Same Weapons? Ich habe hier so ein komisches Menü. Hast du das auch? Nee? Ich kann hier... Achso, das ist vom vorherigen... Nee, das ist noch vom vorherigen Community-Spiel, ich habe mal... Nee, dann mach ich einfach mal. Wow, was ist denn da los? Das ist wohl noch vom vorherigen Community-Spiel, diese Menü gewesen. Naja, auf jeden Fall ist er eigentlich im Rang viel höher und deswegen... Hoppala, bin ich in die AW reingelaufen. Spielt er jetzt mit mir und hilft mir ein bisschen. Gibt mir Tipps. Attention! Ja, hebe... Ah, vielen Dank nicht. Ah, playing. E bathtub. Ach, ich spiel mich jetzt auf der USP ein. Ist das besser? Oder ne, das ist ja nicht die USP, das ist die P2000 oder wie die heißt. Aber ich find's halt so blöd in der Off-Warm-Phase, wie sie halt alle rumgammeln und rum... Nur mit der AWP immer. Ah, ich sah... M4 oder AK. Jaja, eben, um mich gleich mal ein bisschen warm zu schießen, ja. Denken an mir mal die Zeigen, wenn die gut ist. Ah, noch schnell mit der Pistol-Warm schießen. Uh, fuck, war der schon so weit bei uns? Ah, vielleicht krieg ich noch meine Chance. Komm, lass mich aus. Haha, schön ruski-buski. Gucken, was ich jetzt gleich werde. Nachdem hier krieg ich meinen Rang. Yeah, das wird ja spannend auf jeden Fall. Ah, was hast du gesagt, erste Runde Kevlar. Kevlar. Hm? Ich geh, ähm, A lang. Okay. Äh, gucken, was die machen. Dann geh ich da ein, wo übrig bleibt. Oh, erinnere mich dran, in der nächsten Runde muss ich den, den Audio, also den, den Direct Chat wieder anmachen. A lang ist nix. Keiner, A lang eins. Was hast du gesagt? Bitte ist einer down. Okay. A lang keiner. One shot, one shot. Two shot, three shot. Okay. Sind die durch? Nee, kommen wir mit ab. Ah, fuck. Kommt mit ab. Einen hab ich gehittet, aber... ...leider nicht zu Ende geführt. Die sind bei A durch, ne? Ah, du hast die Bombe, ne? Du findest, die können jetzt von überall kommen. Sauber. Hey, super. Yeah, nice. Erbarmungslos hier. Ja. Äh, was kaufen wir jetzt? Direkt eine A ist cool, die erste Runde. Hahaha. Aber, äh, MP, ohne MP kannst du ja aussuchen was. Vielleicht ein Smoke oder HA wie du willst. Ja, ich nehm den Smoke, das hält ein bisschen auf. Ich geh wieder A lang. Und smoke die Kiste jetzt mal. Smoke! Tunnels. All Tunnels. Alle Cutters. Ich bleib in der Mitte, ja. Bomb down, Tunnel, upper. Yes. Schön. I like Bison. Easy Runde hier. Ah, genau. Ah, scheiße. Das muss ich mal machen, wenn ich tot bin. Form up. Let's go. Ah, jetzt geht natürlich AB von denen. Dann komm ich nach. Flashbang. Oh, lang, oder? Hm, ne? Noch nicht. Sorry, ich werde nicht blocken. Kein Problem. Kein Problem. Ah, lang ist gesmoked. Ah, lang ist safe. Bombschotter. 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 Ich geh bei A lang durch, oder? Äh, lang. Scheiße, A lang eins. Stimmt lang. Ähm. Stimmt lang. Ich hoffe, die bleiben jetzt mal auf ihren Positionen. Dann muss ich nicht anders sein. Ich geh wieder alarm. Mhm. Ja, das schaut doch ganz gut aus bisher. Jaja, das sieht doch zum Fall gut aus. Wer ist auf der Karte bevorteiligt? Äh, das kommt drauf an. Wenn die Terror gut spielen mit Smogs und so, dann Terror. Ansonsten... Ah, lang ist schon mal nichts. Ansonsten CT. Komm, ist mitte down. Komm, mit down. Auf B drauf. Ja, ist egal. Ich sehe die Bombe. Bin hier mit einem, der aber ziemlich blöd steht, der mit KISS. Nein, ich bin gestorben. Äh, Apartheon als. Der kommt aber nicht. Minus nicht besorgen. Auf dem noch zwei, ne? Ja. Ja. Ja, ich muss den muten, ne? War aber da zu viel los? Ja, und halt... Der hat so ein extremes Rauschen im Headset. Ah, das ist echt... Da spielt echt da jeder. Mit irgendwelchen schrecklichen Headsets. Ja. Am besten noch mit Mikro von der Webcam oder so'n Scheiß. Ja. So hört sich das an. Lol, der hat mir direkt ein Headdy gegeben. Social Smoke. So ein Lacker. Egal. Nicht so schlimm. Unfall. Apar mit noch einer. Oh, nice. Immer noch Apar mit. Hier. meinst bei kurz oder was ja läuft jetzt kurz er ist wieder ich glaube pass auf den müsst ihr jetzt kommen aber hat ein scout schön dauernd schön gemacht der 2b weil einer eine scout hat, eine Narbe 2 bei A lang, 2 gehen bei A lang durch 2 A lang kriege ich jetzt was über mir so treff ich den denn nicht verdammt ich hab einen 90 in 1 gegeben ich bin so schlecht ich hab einen schönen Schiff ah nice der letzte On-Spot oh noo gibt's ja nicht oh nice nice das war ein schöner Schuss pretty nice very nice wenn du die gemütet hast hören die ich nicht ne na ich hab den gemütet noch nicht also ok oh der eine nervt mich jetzt schon 2 mal AWP 1 mal den Schuss 2 mal AWP 1 mal Shotgun 1 mal Shotgun 2 mal AWP 6 tausend money ne aber läuft hier mit der Shotgun rum 9 angeht 3 2 näin neiiiinninninninninninninnnn Ey, ey, es warg Der trifft den auch noch direkt Schott, Schott, Schott Sau Ja, dann hat der wohl kommen Ja, du hast den auch Gegeben Den Saft gegeben Alter, ich treff grad nix Vorsicht, in der Mitte unten kommt einer Bom, 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 Bom Dann direkt oder nicht? Schöpfe Pizda Warte, warte mal hier vorne Uff Hast du das gesehen, wo der war? In der Mitte war einer, der unten durch ist Aber ich glaube, die safen jetzt einfach Zwölf Sekunden Zwölf Sekunden Helft der wirklich? In der Habe, ne? Ich weiß nicht, der eine hatte doch ne Scout Das ist niemand B Wie geil ist das denn? Nimm Und? Einer Down in der Mitte Es ist B Einer Down in der Mitte 2B 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 2 in der Mitte ich glaube es ist nicht so viel denn ich hab nicht hier Ich hab nicht mehr in den Fall No! warum du ihn nicht verletzt? Ist das Pistole? Was ist denn mit dem? Wir haben auch noch zu Quatschen wo kommt der? Stop talking so much Wo bist du? Wo bist du? Ich bin der wo ist der Sorry ich hab mich schon genug gehört Moment, aber ich bin der wo ist der Wie geht das? Du drückst Tab, einmal rechtsklick und dann kannst du mit der Maustaste so auf den klicken, Kommunikation blockieren. Do not be afraid. Let's go easy. Da, die haben aufgegeben. Oh, ich hab ihn rangekommen. In Gold 3. Ja, cool. Sauber. Cool. Eine Indigo UMP 45. Warum kriegt man eigentlich immer nur so scheiß Waffen zugewürfelt? Keine Ahnung. Ready. Dann zocken wir jetzt mal eben hoch bis Doppel-A-K. Hahaha. Ist nicht viel. Äh. Oh Mann, wie ich das zwei hasse. Echt? Ja. Ja, sag was, dann machen wir einen Anderen mehr. Wir gehen jetzt zum Abfall. Oh, der Brot-Ernie ist schon der beste Spiel hier. Ich brauche Hilfe von der Heel! Ich brauche Hilfe von der Heel! Ich brauche Hilfe von der Heel! Hoppala! Erstmal einen schönen One-Click! Ey, das ist mir auch aufgefallen. Kaum einer spielt mehr mit der Deagle. Ist die so, wir haben die genervt worden, oder was? wenn du die kannst ist dieser gut aber sonst gibt es halt eigentlich nur direkt handy oder du verkackst das match was will der denn ich schlaufe mit der empfierung krass wenn man dem typ mit der awe nur die hand weg schießt wow 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 ach alu akbar er ist nie ok jetzt abwechseln mal b let's go bequeue is out hehehe das gewohnheit nice nix alle bei euch oder was nix no b ist nix sind jetzt unten downstairs wenn ich sie ja hier bombe down in der mitte ich habe einen gesehen das war's hol mir die diegel ah ich hätte vielleicht die granaten weggelassen können ganz egal bin bei dir mit a lang die anderen gehen zu dritt auf b ok ich geh kurz gut b nice mit dir keiner und ich geb ihm da ist jetzt einer gegenüber dir auf b ist einer ne ist das doch der letzte weg nice ihr holt alles weg hier ja den hol der jackal naaa old steady my friends warum läuft der jetzt auch noch point smoke smoke flatback schau 3 bei lang 4 bei lang vor long a long kommen die schon ja ja sind durch bombe bei in der mitte ja bombe down bei a ja ja der andere ist safe wahrscheinlich wenn ich tot bin hören die mich auch oder die lebenden ja aua schau mal hier rüber zum samlis da ist irgendwo ein sniper ah links habe ich jemanden gehört bei dir grad war dass ich bin so bewusst ne so ja ich bin so gewusstet nur Da guckt hier meine Stats an, ey. Ja, du darfst ja nicht so schnell preisgeben, dass du hier eigentlich zur Elite gehörst. Einer bei A. Ich weiß nicht mehr, welche Taste es ist. Da war es lang? Ja, einer war bei A lang gerade. Da kommt noch mehr? Da ist mehr? Einer bei A lang? Ne, noch mehr, ich hab gehört. Die Steppen da, mit mehreren. Hier, A-Shot schrägelt. Ah, fuck. Onspot. A, Onspot. 2, A, Onspot. Komm schon, Pineapple. Ah, da war der andere. Solek, komm. Ach, komm, Schläfer. Naja, mit 6 HP. Schon okay. Egal, erste Runde holen jetzt. Das ist weil die jetzt Geld haben, ne? Aber wir auch, also. Außer ich. Solek, drop, please. Haltet ihr was? Ja, da liegt's. Move it, move it. Es ist schott, guys, es ist schott. Da kommt jetzt was. Floin, a grenade. Deploying flashbank. 3-Shot. 3-Shot. Vorsicht, nicht vor mir rumlaufen. Nix, short. Ah, doch. Grenade out. Einer weg. 2 weg. Scheiße. Diese Scheiß-Waffe hat einfach zu wenig Schuss. One shot. Na, komm. Loser, no. Oben noch. No, no, no. PSB. PSB. Saubere. Bombe, they're down. Oh, war der B? Ah, so B. Ah, so B. Ah, so. Sehr schön. Guck dir mal meinen Ping an, jetzt weiß ich ja warum ich nichts treffe. Oh. Okay. Was ist denn hier los, A long, oh man der andere macht halt überhaupt nicht mit, 3 A long, 3 A on spot. Jetzt geht der scheiß Ping wieder runter, weißt du. Ach komm, wenn der mit der Duel Beretta spielt. Safe. Haha. Das ist schon frech. Ja komm, save die AW. Ui. Ich trau der drauf. Great job, great job, nice. Was macht der denn? Ich hab kein Geld mehr. Was schon mal. Mach keiner mit. Ehh natürlich nicht. Echo und die kaufen Scouts. Outsch, Flash A long, A long. No, one is still there. Last Long Habitur Ich hab mir noch die Scout gesaved Ich muss mir mal die Granatenspots... Incendiary Out Deploying Flash Bank Flash Bank Lang Step Was wo? Lang Lang Aber mit? Ja lang war einer Flash Bank Wenn du kurz stehst an der Ecke kannst du die auf langen Steppen hören wenn die nicht schleichen Ah das war ich dann wahrscheinlich Doch Onspot Ich bin Onspot ja Ja lang habe ich aber jemanden gehört Jetzt gerade nicht als ich das eben gesagt habe Blank Down Smoke Hör auf mich bitte Hör auf mich bitte Letzter vor lang Geht unter Terroristen gewinnen Was ist das so schlecht da? Da steht 6-2 Ja das ist Egal wie ich spiele Läuft dann Läuft dann Fläuer Geneut Fläuer 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 Wuuuua Okay, nice So Aha, zu dritt Richtung A lang Ah, interessant Der B Oh, ich geh bitte Niemand B, Mitte ist schon einer Oh, dann zack mal an Auf, lang ist was Ah, fuck, A lang ist einer Ja A lang, one, two Double doors Two double doors Solek, go Solek, go 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 Let's go Der Solek, der Solek pusht mich Fucking noobs Solek, they are on spot Solek, go 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 Let's go Let's go Let's go Blank down smoke 3B Die haben doch ne Macca an Deploying decoy Deploying flashbang Flashbang Einer down bei A E E Die haben doch Schlangen, ne? Sonst ist keiner mehr lang Ah, ja D B Ah ok, es sind alle langere Beelders Ja, Bombeidon bei B Nope Ah, jemand von da Samless Ich hab den Noscope mit der Awe getroffen, aber der Penner ist nicht gestorben Musst schon mal einen Hit mit der Händler Wollen wir jetzt wieder hingehen? Let's go people Slashback Scheiße Mist 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 Smoke Dann ist was? Ja, Alang ist auch einer gestorben Nein Der im Ja, ich hab einen Nutzen Smoke erledigt 2 2 Ah, ich seh nix 2, 2, 2 Super Landbox Boah, nett Letzter Lang Voron 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 5 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 6 5 6 ja leute 1 noch 1 mit 1 B on spot ok die hat nie bomben ich? oh ok stop das wäre ne flash nein ich hab dich nicht gehört ich hab dich nicht gehört grad komm soli komm push push come on feigling go back 3b 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 smoke me please hehehe kann ich nicht mehr hehehe voin' smoke incendie aus voin' flashbang kommen die ja? äh ja grenade out shot clear wait wait yellow back gotcha 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 ich hab keine munition mehr gotcha 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 Ja, das läuft doch. Ich muss danach mal Pause machen. Ach, was ist das? Let's go Elon. 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 Ich bin hier. Jo, hi. Hi, Jekyll. Was fehlt? Jo. Nice. Ich musste leider deinen Shelter aufmachen, weil ich da reparieren musste, damit das nicht ganz aufgeht da. Ja, ich habe die Basel wieder ein bisschen akquiriert, äh, aktiviert meine ich. Also ich habe auch ein bisschen repariert und habe alles mögliche, was ich so gefunden habe. Das ist gut. Ja. Ich oder so, Explosivpfeiler habe ich schon hergestellt und ich hatte drei Stacktap gefahren, nuni, ich habe alles im Shelter, im zweiten Torage kommt hier noch von rechts. Ach, jetzt bin ich gerade auf dem falschen Punkt. Ah, bist du gerade nicht online, Stefan? Ich zocke gerade mit dem Jekyll eine Runde Counter. Also, ja, dann gehe ich jetzt gerade auch nicht. Aber warte ich bis später. Dann bist du allein. Was wolltest du denn machen? Ich weiß nicht, irgendwas. Der Jekyll ist je nach Rebek und sind nur noch zwei Runden. Ja, mach ruhig mal ruhig. Ich glaube, ich gehe mal kurz bei LOL an. Ja. Gucken. Ja. 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 Ich werde Kranien an die Zahl, die. Ah, fuck. Ach, fuck. One Spots, one. B oder was? Ja. B, B, B. B. Last B. B-plugged. One On-Spot at the boxes. Welche Boxen? Hier vorne? Direkt? Rechts hinten, ja bei dir genau. Good job. Komm, einmal noch AW. Letzte Runde. Schauen wir mal, ob ich in der Mitte einen Picks bekomme. Ne, vermassel dich aus. Ha! Fenner. Ich krieg auch so viele Picks. Check-Pick, Check-Pick. Ja, nice. Hey, Alter, ich bin Meister Wächter 1. Wie geil! Sehr gut, sehr gut. Ja, geil! Das erste Mal, dass ich einen AK-Rang habe. Ja, lass mal ab. Wenn wir jetzt noch ein paar Mal zusammenzocken, müsste bald Doppel-AK. Ja, cool. Freut mich. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis bald. Jekyll. 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 Jekyll.